Ja, hallo zusammen. Champions League Achtelfinale Hinspiele Teil 2. In der Woche stehen die nächsten vier Achtelfinales an. Letztes Jahrhundert ging es los mit dem Graha-Menu gegen PSG, wo wir uns alle sehr gefreut haben und auch mit unserem Tipp auf PSG ja goldrichtig lagen. Aus deutscher Sicht leider Borussia Dortmund, auch da hatten wir recht, waren gegen die Spurs unterlegen und damit verbleiben die Bayern als mehr oder weniger einzige deutsche Hoffnung in der Königsklasse. Bei Schalke 04, wenn man ehrlich ist, gegen City wird wohl wahnsinnig schwer für Königsblau, da ist wohl die Chance nicht so groß aus weiterkommen. Deshalb bleibt eigentlich nur die Hoffnung auf die Bayern, wie eigentlich immer kann man fast sagen, nur die müssen gegen Liverpool ran. Das ist natürlich auch eine echte Hausnummer und ja, das Spiel freut man sich nun seit Wochen und am Dienstagabend ist es endlich soweit. Anfield Road, Flutlicht, Champions League, da geht einem das Fußballherz auf und auf das Spiel sind wir sehr gespannt. Wir haben einen Tipp, das seht ihr jetzt schon, auf den FC Liverpool. Da freuen wir uns auf eure Meinungen, gerne auch in die Kommentare einfach posten, was meint ihr, seid ihr da dabei, denkt ihr die Bayern schaffen eher eine Überraschung? Und ja, wir freuen uns auf das Spiel auf jeden Fall und wollen uns kurz die Facts zu dem Spiel anschauen. Insgesamt das Argument, das eigentlich immer das Wichtigste ist bei den Sportwetten, Liverpool ist einfach besser. Wir finden, vor allem in der Champions League, das sind so Spiele, die haben so ein Alleinstellungsmerkmal, da sollte man gar nicht zu sehr auf Form oder ähnliches gucken, sondern da geben die Teams wirklich alles, sie sind immer motiviert, da spielt quasi die Motivation eigentlich gar keine Rolle. Da wird auch niemand irgendwie geschont oder sonst was, sondern es geht einfach nur darum, welche Mannschaft ist wirklich besser. Und dafür sollte man sich so ein bisschen die ganze Saison anschauen, Liverpool in England ganz oben mit einer Tabelle und ja, die englische Premier League mit Sicherheit, vor allem in der Spitze, qualitativ besser aufgestellt als die Bundesliga und die Bayern in der Liga nicht mal auf Platz 1, sondern nur auf Platz 2 in der Dortmund. Das heißt, Liverpool ist insgesamt wohl die stärkere Mannschaft, haben die beste Abwehr in der Premier League und ja, vorne mit einem Sané, mit einem Salah, da braucht man glaube ich nicht wahnsinnig viel sagen. Mit Mané, habe ich Sané gesagt? Mit Mané meine ich natürlich, Mané, Salah und ja, einem Shakiri, der gerade gut drauf ist und so weiter und so fort. Roberto Firmino, da kann man wirklich unzählige Namen nennen, sind sie insgesamt doch ein wenig stärker als die Bayern. Klar, die haben einen Kingsley Coman, der jetzt aber wieder angeschlagen ist, einen Lewandowski, der auch immer gut ist für ein Tor, aber der Vorei wird ja auch mal kritisiert, so ein bisschen in den großen Spielen, ist er nicht unbedingt in der Topform. Das heißt, es spricht doch insgesamt viel dafür, dass Liverpool in dieser Spielzeit den Ticken stärker ist. Natürlich muss nichts heißen, es soll auch Überraschungen geben, aber wir finden Liverpool ist die bessere Mannschaft und dafür finden wir eine Quote von Überzweifeln und Heimsieg schon relativ gut. So, was ist sonst noch wichtig? Die Personalsituation, da wird ganz viel im Vorfeld darüber diskutiert. Boateng fällt jetzt kurzfristig aus bei den Bayern, auch ein Hummels ist angeschlagen, also da ist es in der Innenverteidigung sehr eng. Süley auf jeden Fall gesetzt, Süley auch vielleicht der wichtigste Mann, weil es ist der einzige Innenverteidiger, der wirklich sehr, sehr schnell ist bei den Bayern, auch einen guten Antritt hat und den werden die auch brauchen, weil Liverpool eben mit ihren schnellen Angreifern, das wird ohnehin schwer zu verteidigen sein. Aber Ribéry ist es nachgeflogen, Boateng eben fällt auf jeden Fall aus. Ansonsten haben wir auch schon gesagt, Kingsley Coman, der einzige Spieler, der bei den Bayern eigentlich so richtig Tempo über außen bringt, der hat eben gegen Augsburg auch einen Schlag bekommen, hat einen dicken Knöchel, hat den Belastungstest jetzt abbrechen müssen am Sonntag und vielleicht wird da ein bisschen auch geblufft und er ist vielleicht doch fit, der Franzose, er hat ja auch in Augsburg durchgespielt, also so schlimm kann es nicht sein. Aber sollte die Coman wirklich nicht spielen können oder nicht hundertprozentig fit sein, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr große Schwächung für die Bayern. Mit Sicherheit sogar noch mehr eine Schwächung als auf der Seite von Liverpool, der Ausfall von Virgil van Dijk. Klar, der Abwehrmann aus Holland ist eine feste Größe normal in der Innenverteidigung, aber Liverpool weiß seit Wochen, der wird ausfällen, ist gelb gespart, heißt man kann sich darauf einstellen. Es ist natürlich noch ein Fragezeichen bei Lovren, auch das ist alles nicht so günstig für Klopp, er hat nachher ähnliche Sorgen jetzt wie die Bayern, aber wir denken, Liverpool kann das Ganze etwas besser kompensieren als die Bayern, wenn da wirklich Coman ausfallen würde. Deshalb ist die Personalsituation ein wenig offen vor dem Spiel, beide haben so ihre Probleme, aber wir denken auf jeden Fall nicht, dass das unbedingt ein Vorteil für die Bayern ist. Die sind doch sehr angewiesen darauf, dass sie in den Innenverteidigungen, auch bei Coman, dass sie da ihre Spieler zur Verfügung haben. Der Klopp-Faktor, ja, auch da kann man darüber diskutieren, gibt es einen Klopp-Faktor. Wir finden schon irgendwie, Jürgen Klopp, der jahrelang mit Borussia Dortmund in der Liga die Bayern geärgert hat, zwei Meistertitel holen konnte, auch im Champions-League-Finale war er gegen die Bayern. Der kennt doch die Bayern sehr, sehr gut und auch den deutschen Fußball. Und er wird sich mit Sicherheit eine Taktik überlegen. Niko Kovac ist es auf internationaler Ebene in solch großen Spielen noch recht unerfahren. Und da darf man gespannt sein, wie er seine Mannschaft einstellen wird und was sich Jürgen Klopp dagegen überlegen wird. Aus Erfahrung heraus kann man sagen, Klopp in so wichtigen Spielen stellt er seine Mannschaft meist so ein, dass sie versuchen, früh drauf zu gehen, früh zu pressen, das Publikum mitzunehmen und vielleicht einen frühen Treffer zu erzielen. Das hat er damals ja auch im Champions-League-Finale versucht mit Dortmund. Da hatte Dortmund einige große Chancen zu spiebigen, hat den Ball nicht freimachen können. Am Ende haben die Bayern sich dann den Henkel-Port holen können. Aber in dem Spiel denken wir, wenn Liverpool auf den Anfang an Vollgas geben wird, und damit rechnen wir eigentlich, wird es für die Bayern sehr, sehr, sehr schwer werden, diese Anfangsphase unbeschadet zu überstehen. Also da kann man vor allem in den Anfangsminuten sehr gespannt sein, wie das laufen wird. Die Anfield-Route, auch wieder ein weiterer Faktor. Die Anfield-Route, bekannt für die stimmungsvollen Fans. You'll never walk alone, wird vor dem Anpfiff wieder ertönen. Und ja, wenn die Fans nicht mal einfach mitgehen werden mit der Mannschaft, kann das auf jeden Fall auch nur ein Verspielen. Klar, Bayern hat viele erfahrene Spiele. Ein neuer, ein Kapitän, der kennt das schon seit Jahren, in so einem stimmungsvollen Stadion zu spielen. Aber dennoch gibt es auch viele jüngere und etwas unerfahrenere Spiele. Für die wird das Ganze mit Sicherheit nicht einfach sein. Und auch die Fans können da, vor allem in der Anfangsphase, schon ein kleiner Faktor sein. So, bleibt uns noch das Trainingslager. Der Liverpool FC war ja in den letzten Tagen ein Kurztrainingslager. Auch das vielleicht ein kleiner Vorteil für die Klopp-Elf. Das letzte Spiel der Reds war gegen Bournemouth, also vorletztes Wochenende. Heißt, die haben jetzt neun Tage Pause gehabt. Das ist für den englischen Fußball sehr, sehr lang, sehr, sehr ungewohnt. Normal spielen die ja fast eine Woche immer zweimal. Die hatten jetzt lange Pause, konnten sich intensiv nur auf dieses Spiel vorbereiten. Deutlich länger als die Bayern, die mussten am Freitag noch ein hartes Spiel in den Augsburg überstehen. 3-2 hat die Kovac-Elf da gesiegt, aber da war nichts mit Schonung. Da ging es 90 Minuten lang voll zur Sache. Die Regenerationsphase bis zum Dienstag ist mit Sicherheit lang genug. Aber trotzdem, sie müssen noch auf die Insel reisen. Und Liverpool hatte wirklich Zeit, sich ganz in Ruhe und fokussiert auf dieses Spiel vorzubereiten. Und mit Sicherheit auch das wieder so ein kleiner Vorteil für die Gastgeber. Insgesamt, wir sehen schon, wir haben viele so kleine Vorteile. Plus die Tatsache, dass wir finden, Liverpool ist die bessere Mannschaft. Das spricht alles doch ein wenig mehr dafür, okay, die Wetten müssen eigentlich in Richtung der Reds gehen. In den letzten Wochen wird viel schon spekuliert, hat Bayern überhaupt eine Chance. Jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, sie kommen langsam wieder ein bisschen in Fahrt. Und ja, man darf sehr gespannt sein. Wir freuen uns unglaublich auf das Spiel. Es gilt das gleiche wie bei Dortmund letzte Woche. Wenn ihr als Bayern-Fan oder einfach als deutscher Fan bei dem Spiel nicht gegen die Bayern setzen wollt, lasst das Spiel weg, genießt es einfach nur. Das wird ein spannender und sehr, sehr interessanter Fußballabend. Rein aus wetttechnischer Sicht müssen wir auch da sagen, wie letzte Woche bei Tottenham. Wir denken, Liverpool hat Vorteile. Und ja, der Heimsieg im Hinspiel ist wohl die beste Wahl. Da setzen wir darauf, Quote 2,1. Für die Bayern ist dann immer noch alles möglich. Rückspiel, der Allianz Arena zu Hause. Aber wir denken, Dienstag im Hinspiel hat Liverpool die besseren Karten und würden deshalb unseren Einsatz eher auf die Mannschaft von die Rückenglopp platzieren. Viel Spaß beim Spiel und bis bald. Für die Jahreszeit. Wichtig ist nicht.